Unser Land, alles Tiefes Unser Land, alles Tiefes Unser Land, alles Tiefes Unser Land. Und wird auch so sein und bleiben. Wir werden Ihnen zeigen, wer am Ende als Sieger dasteht. Nicht mit Eternich und nicht mit deren barbarischer Armee, sondern mit Rechte. Mit Rechte und Gerechtigkeit, mit Menschlichkeit. Das, also.